jetzt kamera läuft gewogener betrachter und ich verfolge ganz unauffällig zwei schneeschuhwanderer die hier durch die wälder finnisch lapplands streifen mit voller jagdausrüstung was diese unbedarften schneeschuhwanderer nicht wissen die bären halten hinterschlaf sie werden also kein jahr glück haben wir sind schon auf dem snowmobile trail das ist gut und da habt ihr noch ein kind mit auf die bärenjagd genommen wir können auch dem gewogenen betrachter etwas übers wetter sagen wir haben heute sehr mildes wetter minus sechs grad und es schneit ganz leicht ist auch kein starker wind also eigentlich ein angenehmes wetter wo man auf schneeschuhen auch nicht zu hastig laufen sollte sonst gerät man ins schwitzen und das ist natürlich in diesen breiten auch durchaus gefährlich wenn man dann verschwitzt ist und dann in einer pause so auskühlt aufgrund der vielen feuchtigkeit am körper dass man dann ganz schnell umschlägt ins frieren ins starke frieren und unter kühlen gut diese kleine gruppe die von mir läuft diese beiden unbedarften jäger in lappland auf schneeschuhen sind die nachhut einer größeren gruppe die wir versuchen aufzuholen so den rest der illustren jagdgesellschaft auf schneeschuhen sehen wir davon stehen sie haben sich erbarmt unsere und warten bis wir aufgeschlossen haben und hier kommen wir auch auf eine kleinere abgeschiedene straße raus der wird dann ein stückchen nach links würde sagen das ist dann auch in richtung norden folgen werden ja das ist der plan sie geräumt wurden aha ja dann ist es so ein netzlos leuchtet mein rotes licht dann sage ich erst mal dem gebogenen betrachter bis demnächst so da sehen wir ist die straße gesperrt die führt dann geradewegs zum nordpol wir aber weichen jetzt hier ab hier geht rechts eine verwunschene straße weg und wir folgen wir dann weiter so unser feuerchen brennt nun schon leider war die anspannung groß denn schließlich hatten wir nur ein einziges streichholz dabei ja und haben aber erfolgreich ach brennt meine rote lampe gut ich setze vor brennt unser folgen erfolgreich und ja wir legen jetzt holz nach wir haben nicht so viel davon ja das hat ja noch ein bisschen totholz gesucht aber unser feuer ist erstmal ganz gut oder gibt es da eine andere meinung dazu da hinten ist da einer im wald mit der axt mit fiskars axt ich beschlägt meine kamera ich habe so viel dampf ist gut ok ja vor allem der gelbe also entschuldigung gibt ein update später ja dann könnt ihr euch mal plätze suchen und ich mache es mal aus hier nun denn gewogener betrachter wir sind an unserer schutzhütte hier in den wäldern von lappland angelangt ein feuerchen brennt schon das habt ihr eben gesehen unsere truppe macht sich so langsam gemütlich es war nur noch wenig feuerholz da aber ein bisschen was haben wir gesammelt dieses refugium will ich euch nicht vorenthalten da haben wir ein wunderbar ausgestattetes trockenklo sogar mit kompostiermittel und schaufelchen und toilettenpapier ist da also man kann sich nicht beklagen selbst wenn man ja ich sag mal die annehmlichkeiten der zivilisation wirklich gewohnt ist findet man das ja auch des weiteren eigentlich ärgerlich aber das holzdepot das ist leer hier ist nichts drin wir haben aber ein paar reste an der schutzhütte ich mache den riegel zu an der schutzhütte gefunden und ein bisschen was auch noch selbst gesammelt so und jetzt macht hier jeder seins offensichtlich aber hier unsere star fotografin bereitet bereits eine fotosession vor fotografiert details zum beispiel wenn sie in den wäldern von lappland auch sonst nichts gibt aber man findet stets eine fiskars axt das ist das überlebenswerkzeug hier in lappland gut wenden wir uns noch mal der schutzhütte zu umkreisen sie vorsichtig und sehen es knistert ein lustig feuerlein und wir haben hier schutz gefunden entschuldige ja aber ich bin gerade voll aufs leuchtet die rote lampe gut dann sehen wir euch alle so das ist unser refugium und hier habt ihr das schon beschlossen hier verbringen wir die nacht eng aneinander gekuschelt vor allem wenn der rauch unten reinzieht und christian nicht die augen brennen ja na gut man sieht da hinten in der ecke also in der von der hütte von mir aus gesehen rechten ecke noch einen kleinen holz vorrat den wir teilweise selbst angelegt haben und jetzt gibt es heißen tee ja ist das richtig ja so ist das menschen die mit offenem feuer leben müssen die keine heizung haben keine ökologische die müssen halt mit ihrem frühen ableben rechnen wegen feinstaubs so 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 Bis zum nächsten Mal.